Drei Mario Kart Wii Secrets, die man teilweise nur mit einem Cheat entdecken kann. Zum Glück sind wir alle Hacker. Platz Nummer 3 kann auch jeder selber sehen, nämlich gibt es auf der Strecke vom Donkey Kong einfach versteckte Itemblöcke, wenn man hier runter springt. Also wirklich keine Ahnung, ob das eine Art Secret sein sollte oder einfach ein Programmierfehler, aber es ist ganz gut zu wissen. Diese Info haben wir gebraucht. Platz Nummer 2 kann man jetzt wirklich nur mit einem Cheatcode erreichen, nämlich war mal ein Missionsmodus geplant. Eine Mission kann man sogar spielen, nämlich muss man da einfach nur 15 Mal driften. Das war ja ziemlich schwer gewesen. Mir reinzufolgen ist dafür nicht so schwer. Und Platz Nummer 1 kann man ebenfalls nur mit Cheats erreichen, nämlich kann man die Galaxie Arena bis heute noch spielen, die normalerweise nur für Wettbewerber gedacht war. Und da kann man halt so Möchigen Bayblades eiskalt weghauen. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts.